auch sehr geil expect sehr geiles ding und jetzt gucken wir hier wird jetzt wieder interessant aber halt eben auch der luftfeger an einer stelle gebaut und auch so eingestellt dass der eigentlich ein witz ist also da bringt er halt auch nichts aber wie gesagt ich muss da auch eher noch mal gucken muss ich werde halt wirklich nie von irgendwie drachen sachen angegriffen dass ich da irgendwie was machen müsste aber es geht ja auch nicht um eine verteidigung sondern um einen angriff vom expect und da sehe ich ganz gute karten also das würde ich jetzt einfach mal raushauen wird locker ein three star das sollte ohne ohne probleme obwohl die zeit geht langsam wird langsam knapper aber ich sag mal das sollten die drachen locker reißen das sollten die locker reißen die haben keine gegner die sagen sich wo sind die gegner wo sind die gegner da gab es doch irgendwo mal ein lied oder ja und dann sagt genau also es hätte mich jetzt einfach nur gewundert wenn das kein hunderter geworden wäre und das einfach ich meine klar drache wir gucken wieder ich habe ja immer noch die geile liste ich meine klar fürs jetzt raus suchen aus der liste brauche ich ein bisschen zeit aber ist ja nicht schlimm wir haben level 2 wir haben 29.000 also 290 k wurden für die drachen verballert dann natürlich noch ein bisschen was davon aber dann sieht man es ist ein lohnenswerter angriff den machen wir mal was schneller hier halt wieder hauptaugenmerk dann erst den minenwerfer killen erst den minenwerfer killen sonst ist das ding genau erst minenwerfer ansonsten ist das eine sache die in die hose geht war super in ordnung klar logisch damit kann man ein bisschen was reißen aber hier er hat es richtig gemacht hier gepostet dann war er noch was drinne hier gut lud oder eigentlich gotlot ähm aber das passt und dann halt wieder raus und dann ist das in ordnung oh sehr gut sehr gut nennt man es igit oder igit ich ich kenne mich wirklich im türkischen wenn ich gehe davon aus dass es türkisch ist ich kenne mich da wirklich null aus sorry für irgendwelche eventuellen schreib- oder ausdrucksachen ähm das ist natürlich so eine sache aber hier seht ihr eben auch wieder nicht dieses also das soll auch nie aufkommen ähm so nach dem motto naja hier das ist ja äh kein deutscher spieler also drücken wir den mal weiter oder sowas also sowas werdet ihr auch von mir nie sehen also das ist eine ganz klare sache also von mir hier jetzt auch nochmal ganz klar äh das das dürfen gerne 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 auch viele ich sag jetzt mal ausländische oder oder nicht sagen wir mal so nicht deutsche äh dürfen natürlich gerne gerne hier genauso posten und gerne meine videos gucken ich seh das ja immer ich find das immer ziemlich geil man kann das ja ich glaub das ist in demografie abgeteilt bei youtube da kann man das genau sehen wenn ich nicht falsch bin müsste das der reiter demografie sein wo man beziehungsweise wo man seine leute hat die eben zuschauen und wenn man da sieht halt dass wirklich irgendwie welche in philippinen oder sowas zuschauen ist das schon ziemlich geil auf jeden fall also wie gesagt ansonsten ich denk mal jigit oder jigit ich weiß es halt nicht ihr könnt mir das ja mal äh irgendwie wie man das ausspricht ist natürlich immer relativ schlecht äh in worte zu fassen ganz klar ähm money euro ja genau doch das ist ziemlich geil aber hier auch wieder ganz wichtig oh mein ey was ist mit meiner nase egal also hier ist wieder ganz wichtig mit den truppen muss man genau wissen was man macht und ich würde auf jeden fall auch den king benutzen um rein zu gehen weil hier ist der loot nicht in minen und sammlern da ist zwar natürlich auch was drin klar auch nicht wenig aber längst nicht alles ganz klare geschichte und wenn wir aber hier auch sehen zwei minuten dann ist hier auch noch einiges gemacht worden sag ich mal gucken wir mal was wirklich nur ich würde mal sagen 100k ungefähr draußen würde ich jetzt mal so tippen naja und das ist auch so um und bei ja ganz genau und da muss man halt eben wirklich gucken was macht man wo geht man rein wie ja genau das dunkle ist natürlich ziemlich geil da darf man sich auch nicht äh äh wie soll ich sagen ablenken lassen von irgendwas wenn man jetzt zum beispiel sagt oh naja die goldminen sind ja noch gar nicht voll das heißt aber noch längst nicht wenn die goldmine nicht voll ist dass mein Bohrer nicht schon voll ist da immer ganz genau hingucken und der ist richtig schön voll da kann man natürlich dann schon richtig gut loot ziehen im bereich des Bohrers ah war meine war meine Vermutung dass das halt nach innen drinnen nicht reicht aber vom gold her ist es ja einiges geworden da kann man ja gar nicht meckern ja das geht jetzt garantiert im wahrsten sinne des wortes gegen die wand aber dadurch dass du wirklich noch 270k vom gold gezogen hast war das vollkommen okay so ich werde das video wieder teilen müssen so ist das so dann kommen wir hier zu einem angriff auch ich sag mal ich lass mal weiter laufen aber es ist halt standard ist standard halt was man halt wo man sich freut ja gut okay den hat man gehabt und in ordnung mal Glück gehabt dass das halt wirklich alles draußen war dass da wirklich nicht noch irgendwie was drinnen war und dass der schon mal leer geräumt wurde und ist halt ein 200k angriff jeweils so der war stark aber viel ja sehr 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 viel loot und natürlich sehr geil kobis klar du kriegst längst nicht alles brauchen wir nicht drüber reden aber du hast kobis am start du kannst richtig was mit den kobis reißen eventuell hätte ich hier sogar noch als so ein bisschen als dev mäßig den king vorgeschickt dass der so ein bisschen was nimmt aber klar der einser king der macht da auch nicht viel logisch aber du kannst in dem mit dem raid in deiner base garantiert schon einiges ruppen ich meine wir haben 300k alex sogar noch mehr hier so und das war es dann auch schon mehr mehr brauchst du nicht also ja genau richtig da noch drauf und mehr brauchst du gar nicht probieren danach kannst du aufhören weil du bekommst die mauern nicht kaputt brauchst du nicht probieren brauchst du nicht machen okay ja ich meine wenn er jetzt ein pecker zückt dann hätte man jetzt glück haben können das wusste ich natürlich jetzt nicht aber ansonsten braucht man sowas nicht probieren da braucht man denn seine letzten kobis nicht mehr wasten dafür aber ansonsten vollkommen in ordnung und du kannst in deiner base halt äh noch einiges damit machen ganz klar gucken wir mal kurz rein äh bion will ich mal kurz reinschauen und da sehen wir da kannst du mit mit 300 ich glaube 300 lx war es du kannst ja sogar schon ne blödsinn du kannst es noch nicht weil es ja mauerabhängig ist du würdest schon sagen du bist ja schon townhall 9 dann hättest du ja schon mauern upgraden können mit alex nein das geht natürlich erst ab 8 beziehungsweise wenn ihr die 8er fertig habt dass ihr dann 9er mauern bauen könnt ansonsten würde ich bei dir auf jeden fall sagen du bist extremst gerusht chill auf 9 auf jeden fall und bau erstmal schön aus was mir natürlich dann einfallen würde wäre natürlich gleich sagen armeelager gleich hochbauen auf 7 dass du gleich noch mit mit noch mehr troops angreifen kannst und natürlich ganz klar hier dass du das dunkle ziehen kannst du kannst die mittlerweile komplett maxen auf 6 und es spricht auch nichts dagegen und dann wird dir das einfach mal über nacht kriegst du sage ich jetzt mal so realistisch dann deine so 1 5 bis 2 kd lx ran in der nacht und das ist dann schon ziemlich geil damit kannst du schon richtig was reißen das war es dazu und jetzt kommt der letzte check und oh nein 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 wir machen ich ich skippe euch das aber dann raus wenn es nicht so ewig lange dauert lasse ich es aber ansonsten skippe ich das raus hier auch wieder ein typischer gegner bei dem man sich verschätzen kann wo man sagen könnte oh ja oh cool ich krieg ja ordentlich was aber es ist in den lagern drinne braucht man nicht also brauch ich nicht hier ein klick weiter die gesamte situation komplett umgedreht doppelt so viel raid also loot was man kriegen kann und alles in minen und sammlern nichts also verschwindend kleiner teil wird in lagern sein und auch nur im bereich des dunklen auch wichtig meiner meinung nach nur noch ah das wird das wird das wird ja das wird klar logisch aber wenn wenn die sich gerade damit beschäftigen in dem bereich dann kann ich natürlich gucken dass ich woanders noch was droppe hier zack 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 kriege ich aber hin das sollte nicht das thema werden hier so hier auch noch ein bisschen was und dann sollte das hier ja geil der magiaturm geht noch nicht drauf das ist natürlich ziemlich geil jetzt muss ich gerade gucken dass ich irgendwie den minen werfer den würde ich genau den würde ich gern platt machen und dann natürlich nebenbei schnell noch alles andere hier was hier noch mir richtig schaden zufügen kann beziehungsweise wenn mir schon was schaden zufügt oder minen werfer ist nicht platt gegangen das ist schade den würde ich gerne egal naja jetzt auf dem luftfeger ist natürlich totaler blödsinn aber ihr habt es gesehen einfach noch mal weiter geklickt fetten loot kassiert was will man denn mehr klar hier hätte es noch mehr geben können aber man muss nicht heulen man kann mit dem zufrieden sein was man hat und dann nehme ich mir auch noch das rathaus vor ganz klare sache danach ist ende weil dann kommt der boogie turm beziehungsweise wenn die in die richtung laufen wird es auch der magiaturm sein der dem spiel ein ende bereitet aber so ist das halt und da sage ich halt wirklich besonders in der zeit wo der boost ist sucht ein bisschen länger ihr findet welche mit vollen minen und sammlern und alles ist in ordnung da braucht man sich nicht irgendwie anstellen und da eine dicke fette go wipe irgendwie aus dem hut ziehen wollen und den gegner halb platt machen ist doch quatsch ist doch quatsch dann lieber so ganz easy ganz chillig und dann passt das so das soll es dazu gewesen sein ihr seht gleich nochmal ich haue jetzt hier nochmal meine sachen raus ich könnte mit den 400k könnte ich mauertechnisch schon wieder richtig was ruppen mit bei den einsammauern halt dass ich die jetzt wirklich schon wieder ein bisschen höher mache ich meine klar man könnte jetzt auch sagen warum macht man denn nicht denn erst nochmal die gebäude und sowas aber ich wollte halt wirklich erstmal die gesamten mauern so weit wirklich auf 7er standard haben und dann sieht man weiter ganz ehrlich ich lasse die erstmal ich lasse die erstmal auf 1 weil mich das echt nicht stört und sowieso jetzt haben wir hier ein schönes layout aber ich muss das auch trotzdem noch ändern weil hier das zeug noch draußen sitzt ich weiß nicht wollt ihr dazu ein speedbild sehen dann lasst es mich einfach mal genau lasst es mich einfach wissen wenn ihr das haben möchtet und dann würde ich das eventuell beim nächsten mal machen dass ich das halt nochmal umstelle weil das halt eben auch noch nicht optimal ist klar ich gehe jetzt hier auch wieder raus hier haben wir den igiani igiani wie auch immer äh und zwar hat er clan level 6 schon in dem clan und das ist natürlich schon ziemlich nice das ist ziemlich geiler scheiß auf jeden fall da hast du richtig vorteile level 130 wir haben eine relativ ich sage jetzt mal wirklich relativ gut ausgebaute aber ich sehe ich sehe gerade immer mehr was mir halt noch so auffällt also er ist noch nicht maxed out weil man denkt man schon so wenn man townhall 10 sieht boah ja maxed maxed ne es ist noch einiges zu tun zum maxen äh helden gefallen mir ganz ehrlich muss ich sagen bei level 130 gefallen mir die helden auf 20 und 23 nicht ist jetzt kein mega dis auf keinen fall aber wäre mehr machbar gewesen klar du hast natürlich jetzt im vergleich zu mir der ich ja jetzt level 124 bin hast du natürlich viel mehr zum beispiel gold und elixier in die äh anderen sachen rein buttern müssen was ich natürlich jetzt schon teilweise in die mauern gesteckt habe weil ich ja doch ein paar mehr mauern auf 10 habe aber bei dem bei dem dunklen muss ich wirklich sagen und ich kann mir auch gut vorstellen dass du klar in gold 3 und auch in kristall und auch in meister ist es für dich einfacher dich zu halten als für mich als townhall 9 klare nummer aber da hätte ich mir wirklich im townhall 10 bereich 30er helden gewünscht aber wie gesagt das ist heulen auf hohem niveau alles easy alles cool jetzt gucken wir uns das mal an ich muss sagen hier das gefällt mir gut ich mach mal mein mikrofon wieder an ich will ja auch dass ihr mich ganz normal seht und ich zoome jetzt aber wieder schöner heran ich finde das mal so geil wenn man richtig schön reinzoomt und zwar Luftabwehr die ist hier schön hier ist sie schön weil kanone und dann nochmal extra dann garantiert hier vielleicht sogar noch eine tesla daneben dann ist die schön platziert aber die variante hier wäre mir eine nummer zu heikel wobei man auch die schusskraft von so einem 12er boogie turm echt nicht außer acht lassen darf aber ihr seht selber dort das heißt bis hier kann ich machen was ich möchte und an die luftabwehr rangehen der wird eh gerade geupgradet von daher wäre ich vorsichtig dann sehe ich halt eben noch der ist auf fünf aber der hier ist erst auf vier also da ist auf jeden fall noch einiges am start was gemacht werden kann eine andere sache hier darf man nicht vernachlässigen hier ist nicht viel drinnen aber ansonsten wäre das elixier lager relativ weit draußen gold lager vollkommen in ordnung vollkommen in ordnung hier wobei wir hier auch wieder eine relativ große dichte an lagern haben und dann muss man halt auch gucken dann wird der gegner natürlich auch wenn er sich das genauer anguckt eher nicht von hier angreifen weil hier kann er nur einen lager snacken ich glaube ihr seid alle nicht dumm ihr wisst was los ist dann geht man nicht hier rein es sei denn man will den bohrer holen dann geht man eher in den bereich wo man dann halt gleich drei lager kassieren kann ansonsten würde ich auch sagen bei dir klar weil du die möglichkeit hast jetzt noch mehr auszumexen dann natürlich erstmal die dev komplett maxen und dann erst weiter auf mauern gehen zumal klar muss man ja jetzt auch sagen erdbebenzauber hat das ganze mit den mauern so ein bisschen kaputt gemacht klar weil wenn ich mir jetzt überlege ich muss jetzt wirklich drei millionen für eine zehner mauer investieren vier millionen ist es glaube ich für eine fünfer mauer dann muss man halt wirklich überlegen ob es einem das überhaupt noch wert ist weil der erdbebenzauber da ist der ist wirklich irgendwo ein bisschen ja der passt irgendwie nicht so ganz in das gesamte spiel layout rein weil wenn ich mir überlege ich mache mit einem erdbebenzauber level eins genauso die mit vier stück sozusagen genauso eine achtermauer platt wie eben mit level 5 mit mit level 3 erdbebenzauber dann weiß ich nicht ist da der sinn so einer sache nicht so ganz gegeben also der ist so ein bisschen komisch ist natürlich eine geile nummer im cw klar aber ihr wisst was ich meine das soll es damit gewesen sein jetzt wurden wieder einige gecheckt vielleicht seht ihr das sogar schon dass ich am base layout noch mal so ein bisschen ich muss mal so gucken hier so da also da und da so ein bisschen am base layout eventuell wieder nicht am base layout sondern am layout meines videos eventuell wieder was gearbeitet habe ich hoffe es ja ansonsten bin ich faul dann schreibt hashtag faul rein ich wünsche euch was und ihr haut rein ciao 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 ciao